Das Beste habt ihr natürlich auch noch verpasst und zwar habe ich mir von Gettet, das kommt auch noch dazu, den Pullover bekommen. Das Banana-Krommel-Shirt, wo sie träumt, die Weltherrschaft zu beherrscht. Ja, wo sie die Weltherrschaft, wo sie die Welt beherrscht. Was ihr natürlich aus vielen Videos, vor allen Dingen ein Video, sieht, wo das Meerschweinchen kauft, das Internet leer. Mega geil, das Video, sag ich nur mega geil. Ich habe nur gelacht darüber, das ist mein Favorit-Video. Ähm, ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Und wer macht denn hier so Tra-Räh? Ich glaube, Kira knabbert gerade an einem Häuschen. Kira? Kira. Okay. Kira und Ben sind in der Nähe. Wie gesagt, das wollte ich, habe ich natürlich vergessen, euch zu zeigen. Ja, das sind erstmal meine ganzen Ausbeuten von den Miris und von den Besitzern und... Oh Gott. Ich glaube, ich gehe raus, da wird gerade gebrumselt. Gebrumselt heißt, jemand ist heiß. Aber nicht auf mich. Also, wie gesagt, ähm, nochmal vielen, vielen Dank an Sean und Sarah für das Sticker-Album. Das werde ich hinterher packen auf, ähm, das, ähm, Album-Video und, ähm, bis bald. Euer Slizern-Boy, 82 und tschö. Und, ähm, bis bald.